Ich war glücklich, ob es regnete oder nicht. Else, Sohn Rätel aus den Lebenserinnerungen. Mädchen im Blütenschatten. Wenn ich so an meine frühesten Kinderjahre zurückdenke, dann sehe ich mich eigentlich immer nur in dem herrlichen Park der Villa Rosa, im Sonnenschein zwischen all den Blumenbeeten umherlaufen, den Samen der Blumen sammeln oder hinter den Schmetterlingen herjagen, Hand in Hand mit dem Gärtnerburschen Knoll, der mir alles Mögliche Schöne zeigte. Ich durfte ihm helfen, die Blumen anzubinden, Unkraut zu jäten oder das Obst aufzulesen. Und so gab es täglich etwas Neues und Schönes. Ich sammelte alles, bunte Steine, kleine Muscheln, die im Kies der Elbe immer zu finden waren. Ich trocknete Blumen, klebte sie auf, ich lebte eben ganz mit der Natur gesund und froh dahin. Ich glaube, ich war ein tolles Kind, brauchte keine Spielgefährten, weil ich immer beschäftigt war. Denn wenn ich im Winter vor dem großen, hellen Parterre-Fenster an der Bürgerwiese auf meinem hohen Stuhl saß, ordnete ich alles, was ich im Sommer gesammelt hatte, in kleine Schachteln und auf diese Weise bekam ich eine Muschel-Stein- und Samensammlung, die mir sehr wichtig vorkam. Später schrieb ich Kataloge dazu, die ungefähr so lauteten. Kleine Muscheln, hübsche Muscheln, große Muscheln und so weiter. Da trat ungefähr 1856 etwas ganz Neues in mein Leben. Im Sommer kam die Familie Nerenz zu Besuch mit mehreren Kindern. Tante Therese war eine Cousine meiner Großmutter und Schwester von Frau Hausschild, die meine Geburt in Rom schon miterlebt hatte. Vater Nerenz war Maler, ein Freund meines Vaters, und Mutter und Kinder waren außerordentlich musikalisch und sangen und spielten vor allem italienische Volkslieder, die sie durch Hausschilds in Rom gelernt hatten. Sie reisten bald wieder ab, und kurz darauf, so erzählte meine Großmutter, stand ich dreijähriger Knirps eines Tages an ihrem Toilettentisch, als sie sich die Haare machte, und ich fing an, ein Lied nach dem anderen der nun abgereisten Kinder richtig und mit guter Stimme zu singen. Natürlich großes Staunen in der ganzen Familie. Es wurde eine Art Wunderkind aus mir gemacht. Ich musste jedem, der kam, vorsingen. Ich lernte ein Lied nach dem anderen, deutsche, italienische, alles durcheinander, soll aber, meinem Instinkt folgend, immer mit richtiger Betonung und mit richtigem Ausdruck gesungen haben, sodass alle lachten, wenn nicht ein italienisches Liebeslied sogar schmachtend sank. Ich behaupte daher auch heute noch, dass ein wirklich musikalischer Mensch keine Worte braucht, um ein Lied mit Ausdruck zu singen. Eines Tages im hellen Sonnenschein war die ganze Familie im Garten versammelt. Es war Besuch da. Ein großer Herr im grauen, langen Rock mit hohem Hut, langem, grauen Haar und Bart. Wie immer wurde ich gerufen, um vorzusingen. Er setzte sich, nahm mich zwischen seine Knie und ich sang los. Es verstand sich ja von selbst. Es war Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Deutschlandliedes. Ich sehe ihn noch deutlich vor mir. Ein besonderes Interesse für mein Singen zeigte Jenny Lind, die als schwedische Nachtigall weltberühmte Sängerin. Dass sie mit meinen Großeltern befreundet war, kam daher, dass sie als ganz junges Mädchen, als sie von Schweden aus ihren Weg in die Öffentlichkeit nahm, an meine Großeltern empfohlen wurde und diese sie mehrere Monate als Gast im Haus hatten. Da sie gleichaltrig mit meiner Mutter war, entspann sich zwischen den beiden jungen Mädchen eine herzliche Freundschaft, die sich fortsetzte, als Jenny mit ihrem späteren Mann, dem Musiker und Kapellmeister Goldschmidt, ganz nach Dresden zog. Ich habe einen solch schönen Nachmittag noch voll und ganz vor mir. Wenn alle Kinder bewirtet waren, wurde ich zuerst auf einen Stuhl gestellt und musste der kleinen Versammlung vorsingen. Dann setzte sich Jenny Lind selbst an den Flügel. Wir standen um denselben herum und sie sang mit ihrer völlig bezaubernden Stimme. Ich besitze noch ein Liederbuch mit Volksliedern, welches sie mir damals schenkte. Goldschmids zogen später nach London, kam aber dann und wann wieder nach Dresden und bei einem solchen Besuch, als ich bereits 15 war, musste ich ihr wieder vorsingen. Jenny Linds sagte, sie hätte öfters in den Zeitungen nachgesehen, ob ich nicht als Sängerin bereits einen Ruf hätte. Wären unsere Verhältnisse nicht gar so gute gewesen, so hätte ich wohl diesen Beruf ergriffen. Ich wurde trotzdem im Singen sehr gut ausgebildet, aber davon später.